Hallo und willkommen zurück zu Blacktail Requiem. Ja wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Nein, es blutet so sehr. Da, da sind sie! Sie kann! Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher? Tu es, schnell! Aber anstatt die wenigsten mal so ein bisschen in Verstöhnheit geht, also so ein bisschen sich irgendwo in eine Ecke geht. Hütten euch alle! Ich hab sie mal getan! Was machen die Rappen hier? Ihr seid alle gleich! Ihr Monster! Ruhig! Konzentrier dich, sonst verlierst du die Kontrolle! Ich bin kein Monster! Kommt ruhig! Sie werden euch auch retten! Ich habe es satt! Ich hasse euch nicht! Ich presse euch alle auf! Hör damit auf, Ugo! Das geht zu weit! Ugo, du verlierst die Kontrolle! Ugo? Ugo? Was ist los? Was ist los? Ugo? Oh nein! Ugo! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir müssen hier raus! Was? Was soll der Ganze lernen? Was ist passiert? Oh nein! Ich bring uns hier raus! Ich? Ich hab's wieder getan. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich schaffe das! Ich schaffe dich! Amicia, komm! Ich kann nicht! Bitte! Amicia, schnell! Ich kann nicht! Amicia, bitte komm! Bitte, Amicia! Uh oh! Air Pressure! Kapitel 7! Du bist wach! Er hat dich gerettet! Er sagt, er bringt uns zur Insel! Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna! Warte! Er besorgt uns ein Boot! Nein! Amicia! Amicia! Und die Zu Hause hatten wir einen Hund. Aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht raus konntest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah. Verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Schmöden. Darf ich das ansehen? Bitte. Habt noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben behalten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Und? Was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und... Oh, stink ich so? Nein, es riecht nach Seetank. Na komm! Warte, wir müssen reden! Nicht jetzt! Das Meer ist gleich los! Hugo! Es ist wichtig! Hugo! Hugo! Amicia! Was machst du da? Wow! Das ist ein Überfall! Du hast ihm aber nichts von deinem Traum erzählt. Leben trichst du mich nicht! Und allem anderen erzählt. Hugo, komm zurück! Ich will nicht spielen! Und ich rede nicht mit Angsthasen! Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... immerhin siehst du besser aus. Amicia, wir sind da! Hugo, du sagst gar nichts! Los jetzt, wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot. Ich kenn da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin. Sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön. Mehr Verbrecher. Ja, so sieht's aus. Und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Laguna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Viel zu hoch. Sprich, ich fang dich. Hey, pass auf! Na gut. Wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester fütter dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal. Da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt zu. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Es sieht schon geil aus, oder? So viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst. Aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat. Angriff! Angriff! Ha-ha! 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 Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh. Wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, was? Okay, wir gucken mal, ob wir noch irgendwas finden. Ähm. Die Übersetzung, die haut aber irgendwie nicht ganz hin, gell? Da fehlt immer mal ein Buchstabel. Bei dem einen hat hier Luft, Luft raus, glaube ich. Hat das F gefehlt. Also irgendwie haben sie das nicht, noch nicht so ganz raus mit der Übersetzung. Hast du meinen Angriff gesehen? Ja, die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Ha, das werden wir sehen. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Hey, sieh mal. Sicher von einem Seevogel? Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Lachmöwen, okay? Wir nennen sie Lachmöwen hier. Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Hey, schubst du mal nicht so rum hier vor, Leute? Okay, und wieso muss man den jetzt hier, oder wieso konnte man den jetzt hier runterschießen? Die ist ja gar nichts. Ah, da wählen wir. Sag nicht, dass das dein Boot ist. Nein, aber es bringt uns hin. Siehst du die Stange? Da ist ein Seil dran. Du ziehst und ich schiebe das Boot auf meiner Seite ab. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Ich bin zerbrechlich. Ha, sag, wenn du bereit bist. Ich rück am einen an, Ankerpunkt E, um mit dem Seil zu interagieren. Du kannst am Seil ziehen und daran befestige, Objekte zu bewegen oder nach unten zu rufen. Ich helfe dir, Amicia. Hör weiter so. Ah, no. Was? Zurück. Was zur Hölle? Oh, scheiße, scheiße. Die mühden dich anscheinend. Sie hätten mich fast erwischt. Ihr seid so krank. Ach, komm. Na gut, wir bahnen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Das ging letztes Mal schief. Aber jetzt? Jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir es. Sei vorsichtig, ja? Ja. Ähm, wie gehorchen wir wirklich? Wie, äh, wie... Wirklich? Dann gehen wir. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Äh, äh, verfressende Biste. Ähm, nichts für ungut, Kurtz. Ah, deswegen haben wir diesen komischen Fisch gebraucht. Okay, gut zu wissen. Ja, und jetzt? Hier geht's zu deinen Schmugglern? Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ähm, ja, also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott, das gefällt mir nicht. Oh, oh, oh. Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, kurzer, die Gehorchen-Tier. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Na toll. Hey, was ist das? Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Hauptsache, es leuchtet. Wart's ab. Muss ich jetzt zehn Pfeil dafür verschwenden, oder was? Muss ich jetzt wirklich, ich krieg jetzt einen Armpustpfeil und muss den dafür verschwenden. Auf nach oben. Sicher. Okay, so, dann haben wir das und das. Und, genau, dann gehen wir zurück. Aber komisch, dass er jetzt bloß ein paar befehligen kann. Und das letzte Mal konnte er so eine übelst große Horde befehligen. Was schön mysteriös ist, ne? Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehorchst. Solange wir hier lebend rauskommen. Den brauch ich. Diese Stöckchen. Komm, einfach mit. Okay, müssen wir installieren. Ich habe keine Ahnung. Bleib nah bei mir. Wir gehen. Ich vertraue dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Tut mir leid. Ich bin gerade etwas angespannt. Wir machen das ganz oft. Also, mein Mitleid habt ihr. Hab lang gewartet. Hoch. Jetzt. Klar. Fein. Ab nach oben. Fein, sie sagt. Nicht so fest. Obwohl er sich gar nicht festgehalten hat. Aber ich denke mal, wir müssen wieder hier unten lang. Ach, jetzt so. Geschafft. Kinderleicht. Genau das Wort habe ich gesucht. Du magst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie kurzer. Oh. Oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sag nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hier bleiben? Ach, hier ist mir. Wo drück ich mich? Ein Karren. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Wüsste wirklich nicht, warum. Na gut. Einmal durchatmen und los. Das wird schrecklich, Amicia. Ja. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt es Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Hier steckt's. Was ist das? Da wird mir ganz anders. Die machen das aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt nochmal. Ihr seid also aus Guillaume. Da hat alles angefangen. Hier. Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür, ja? Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Ach, die Hölle, die wir alle verdienen. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Lacuna. Wir heilen dich. Das ist Illsinn. Himmel. Dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. Hier lang, glaub ich. Vorsicht. Warum er den Koch nicht alleine geschoben hat. Ich meine, der ist dreimal so breit wie Amicia. Also, keine Ahnung. Und fast zwei Köpfe größer. Oh Gott, nein! Willkommen zu mir! Schnell, ich brauch Licht! Warte, warte, lass mich! Hör mir da dran auf! Verdammte Scheißvieger! Alles klar? Noch heil? Alles gut. Außer, dass ich hier festsitze. Und dir mich angreifert wie im Sonntagsbraten. Ugo, wir sollten jetzt gehen. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauch hier Hilfe! Ich... Na gut. Amicia, sieh mal! Die gelben Kristalle. Das ist Epi Sunwraith. Du hast recht. Da ist es wieder. Ah no! Ach, endlich! Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu! Gut. Ich bin bereit! Auf dein Zeichen! Perfekt! Aber so hilft es uns nicht. Du kannst jetzt... ...Mitouris erstellen. Heute... ...Gedrückt. Um das Auswahlmenü aufzurufen. Okay, warte. Dann ist das vielleicht... Oh, hier haben wir wenigstens noch Pfeile. Erwerten? Was? Ach, da kriegst du so ein Ding... Oh, komm schon. Hier, Odorus, versuchen wir's mal. Ah no! Siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus! Jetzt! Es klappt! Ja, weiß ich, was das war, aber haben wir die Haut gerettet? Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren! Ich überlasse es dir, Arnor. Los! Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrust-Magie! Mal sehen! Ach, siehst du, hätt ich das jetzt gewusst. Ach, dass ich das brauch. Hätt ich den eigentlich kaputt gemacht. Ach, das wird scheiße. Ne, halt noch, wenn's weiter. Du kannst aufhören! Schon dabei! Ja, komm schon! Alles klar! Und jetzt weiter. Aber dann muss ich jetzt zu denen. Ich hab auch wirklich keine Ahnung, was wir machen müssen. Das müssen wir hier hoch. Ich schaff's. Nein! So, ich werde doch gar nicht runter. Ja, und jetzt so? Amesia, du könntest mit der Amos auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odoris. Nah, hier. Auf die Planke, ich denke auf die Planke dort Was ist denn das für ein Scheiß schon wieder Ach komm schon, komm lass dich einfach sterben hier Das ist, ich hab da keine Lust Wenn du die Hälfte deiner Munition, die du besitzt Einfach verschießen tust, weil du einfach nicht Wirklich weißt, was du machen musst Das ist, ja klar Ich meine, klar, man kann sich ein bisschen überlegen Was man machen müsste, könnte Ja, die Frage ist, wo muss der aber lang Du bist dran, Arno Los Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie Mal sehen Und jetzt Okay, da komm ich jetzt noch aber auch nicht dran Dass sie denn aber auch nicht mal hier einfach stehen lassen kann Und dass sie dann immer wieder mitnehmen muss Ach, Mann, ey Das bringt doch gar nichts, das damit zu machen Das ist ihr, ja Du kannst aufhören Los geht's Ja, und jetzt kommt Man, was Keine Ahnung, was ich hier machen muss, ey Ich hab wirklich keine Ahnung Ich hab Mir ist das wirklich zu hoch Ich muss echt sagen, ich bin zu blöd für das Game Ich bin echt zu dumm für das Game Ich hab keine Ahnung Ich meine, das ist halt Ihr macht den Weg frei Ich meine, ich weiß doch gar nicht Muss der links oder muss der rechts lang Na gut, das ist ja kaputt Also denke ich mal Der wird ja links lang müssen Aber ich mach doch hier unten den Weg Weil der kommt doch nicht Der Kölzplatz Übernimm du das, Arno Einfischern Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrust-Magie Mal sehen Hier unten schießt jetzt da einen Pfeil drauf So, alles schön und gut Und jetzt so Das reicht, hör auf Los Nein, ich darf nicht runterspringen Oh Mann, komm schon Ich hasse das Game langsam Ja und jetzt steh ich hier drüben bei der Feldwarte Ja und jetzt steh ich hier drüben bei der Feldwarte Komm, stirb einfach Ich hab wirklich langsam Die Schnauze voll Ich hab wirklich langsam Die Schnauze voll von dem Game Es macht mir wirklich keinen Spaß Muss ich echt zugeben Es macht mir zur Zeit Macht es mir keinen Spaß Der erste Teil Da fand ich super Da gab es nichts zu meckern Oder nicht viel zu meckern Das ist aber für mich einfach nur Zur Zeit Schmutz Aber egal Wir machen dann In der nächsten Folge weiter Wir quälen uns hier irgendwie durch Ich bin zwar Schöpchen Es war schon voll die Motivation Mit dem Game verloren Aber Wir machen das trotzdem In der nächsten Folge weiter Ich danke euch fürs Einschalten Fürs Zuschauen Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal